Den ganzen Tag in ein und derselben Position im Bett zu liegen, ist nicht nur langweilig, sondern auf Dauer auch nicht gut für den Körper und das Wohlbefinden. Ralf stützt sich mit einem Bein im Bett ab. So kann er Bülent bei der Veränderung der Position besser unterstützen und hat auch selber eine stabile Position. Jetzt legt er zwei Kissen in Bülents Rücken und zwar in Form eines A's. Daher kommt auch der Name A-Lagerung. Die Kissen bieten Bülent Halt und Sicherheit an den Seiten. Ein drittes Kissen wird hinter den Kopf gelegt, damit Bülent eine bessere Ausgangsstellung hat, um zum Beispiel ein Gespräch zu führen. In dieser Position kann Bülent viel besser Arme und Beine bewegen und die zwei Kissen im Rücken erleichtern zusätzlich das Atmen. So fühlt er sich wohl und sicher. Gww-Rücken alright! Gatm.. Gatm... Gatm... Gatm! Gatm leader... Gatm?